Ja, Leon Schwers bei uns heute vor der ehemaligen Stadion-Gaststätte. Leon, du bist schon etwas länger hier, letzte Saison auch für dich, nicht nur für alle, bitter gestartet. Du warst verletzt. Am Ende sind wir noch Zweiter geworden. Fass doch mal die Saison für dich zusammen, bitte. Ja, also ich habe halt die Verletzung aus der vorherigen Saison mitgenommen. Vorletzter Spieltag habe ich mir das Innenband gerissen. Dementsprechend wurde es dann halt auch eng mit dem Trainingsstart bzw. dann halt auch mit dem Meisterschaftsstart. Dann habe ich viel Zeit in der Reha verbracht und viel Zeit auch auf der Physiobank verbracht und Kraftraum und Co., um es dann doch irgendwie zu schaffen. Und im Endeffekt habe ich es dann doch vier Wochen vorm Zeitplan geschafft. Dementsprechend hat mir aber auch theoretisch die Vorbereitung in Sachen Spielzeit gefehlt. Ja, und dann sind wir ja grundsätzlich nicht so gut gestartet. Das ist ja kein Geheimnis. Was halt ärgerlich ist, weil die Qualität war da. Aber im Endeffekt, zweiter Platz ist noch in Ordnung. Wir wollten besser werden als ein Jahr zuvor. Das haben wir geschafft. Wir hätten auch noch ein Stück weiter angreifen können. Aber im Endeffekt, wir sind einen Step nach vorne gegangen und das ist auch erstmal positiv. Ja, es sind viele neue Spieler dazugekommen. Du kennst die Mannschaft, du bist ja schon ein Führungsspieler. Wie waren die ersten Wochen im Training mit der neuen Truppe? Erstaunlicherweise hat man das gar nicht so gemerkt, dass die Jungs so viel neu sind. Also die haben sich sehr, sehr schnell integriert. Natürlich ist das auch von beiden Seiten. Also die Mannschaft muss sich natürlich aufnehmen. Die Jungs wollen sich auch integrieren, waren sehr, sehr schnell dabei, sehr offen. Und dementsprechend war halt auch die Trainingsqualität da. Also viele haben direkt von Anfang an Gas gegeben. Die Harmonie war schon relativ früh da für den Zeitpunkt. Die ist noch nicht zu 100 Prozent da. Das funktioniert auch noch nicht. Aber es ist schon mal ein guter Weg. Und da bin ich sehr, sehr positiv und macht auf jeden Fall Freude und Spaß. Was denkst du, was mit der neuen Mannschaft, mit den neuen Mitspielern dieses Jahr möglich ist im Pokal und auch in der Liga? Tendenziell ist viel möglich. Also das A und O ist halt das Mannschaftsgefüge. Wie funktioniert die Mannschaft an und für sich zusammen? Wie gehen wir auch mal durch schlechte Phasen durch? Und wie startest du halt in die Saison? Was uns letztes Jahr theoretisch nach dem zehnten Spieltag dann halt wirklich alles gekillt hat, ist jetzt halt die Entscheidung, dass du gut startest und dann halt einen gewissen Flow erreichst. Und das kannst du halt gut erreichen, wenn du halt ein gutes Mannschaftsgefüge hast, wenn die Mannschaft gut miteinander harmoniert. Und ja, ich denke schon, dass die Basis da ist. Aber nichtsdestotrotz, man muss erst mal starten. Ja, was sich viele Fans immer fragen, was machen die Spieler privat? Also du bist ja noch bei der U19 auch dabei. Richtig, ja. Also machst du sonst nur so in deiner Freizeit und vielleicht erklärst du Leuten, was du in der U19 überhaupt machst? Ehrlicherweise mache ich erst mal meine Trainerausbildung und ich hatte dann halt Samir gefragt, ob ich so ein bisschen bei der U19 mit reinschoppern darf. Das hat er mir dann bewilligt und das macht auch richtig viel Spaß. Jetzt haben die frei. Dementsprechend kann ich mich auch komplett hier drauf fokussieren. Das ist natürlich mein Hauptjob sozusagen. Ich mache das nur nebenbei und zur kommenden Saison bin ich dann da auch noch mal weiterhin aktiv in der U19 und bin dann sozusagen Co-Trainer. Natürlich alles angepasst an das, was hier ist in der ersten Mannschaft. Wenn es englische Wochen gibt oder sowas, dann trete ich da natürlich ein Stück weit zurück. Aber da bin ich halt Co-Trainer. Und sonst geht halt ziemlich viel Zeit mit den beiden Sachen drauf. Sonst habe ich halt ziemlich viel auch mit meinem Hund zu tun. Ich habe noch einen Hund zu Hause und natürlich mit meiner Frau, mit der mache ich eigentlich so gut alles. Und das ist halt irgendwie so ein Vierergespann aus selber spielen, Trainer sein, Hund und meiner Frau. Und da muss ich dann halt so ein bisschen Zeitmanagement gucken, was ich machen kann, was nicht. Wie ist das für deine Frau? Ihr habt geheiratet, dass du Fußballer bist. Ist das ein Problem für sie? Ist das cool für sie? Nö, gar nicht. Wir kennen uns ja schon länger. Sie kommt auch aus dem Sportbereich. Von daher ist das für sie fein. Sie versteht das halt zum Beispiel, wenn man eine Niederlage hinter sich hat oder sowas, dass sie jetzt nicht unbedingt nochmal irgendwelche Sachen doof fragt oder sowas. Das versteht sie schon. Und wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen zusammen. Dadurch weiß sie halt, wer ich bin und was ich mache, ob ich jetzt nachher Niederlage schlecht drauf bin oder nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt in dieser Saison nicht häufig vor. Aber ja, deswegen. Letzte Frage noch. Du machst deinen Trainerschein gerade, machst den Co-Trainer beim Samir. Kannst dir vorstellen, später, wenn deine aktive Karriere vorbei ist, auch den Weg einzuschlagen als Trainer vielleicht? Ja, voll und ganz. Auf jeden Fall. Also deswegen mache ich das ja auch, weil ich hätte da auch schon Lust drauf. Aber wie gesagt, ich bin halt erst 27. Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre und will erst mal selber kicken. Darauf liegt die Priorität. Und das alles andere ist erst mal nur learning by doing so ein bisschen. Und alles, was ich so mitnehmen kann, nehme ich mit. Und ja, dann mal schauen. Bis dahin habe ich hoffentlich nur ein bisschen Zeit. Danke dir, Leon. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Frau nicht viele doofe Fragen stellen muss, weil wir eine erfolgreiche Saison haben. Und danke dir für die Zeit. Danke. Gerne.